Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu Cineman Will aus Liebe zur Filmbörse. Heute geht es weiter mit Teil 2, nachdem wir gestern in Leonberg waren. Video dazu nochmal unten in der Videobeschreibung sind wir heute in Nürnberg. Und natürlich wollte ich da nicht wieder dasselbe filmen, sondern euch ein paar andere Einblicke gewähren und natürlich auch ein paar andere Prachtstücke zeigen. Und hier hätten wir zum Beispiel einen Drachenkopf, den ich so noch nie gesehen habe. Und daneben auch noch ein paar weitere Unikate und ein paar richtig tolle Editionen, Büsten und Figuren. Egal ob jetzt zur Serie The Walking Dead oder auch Breaking Bad. Hinten haben wir noch True Grit, dann ein paar Holzkisten, die coole Event Horizon Box, die ich mir ja auch schon zugelegt habe. Dann haben wir hier noch was von Machete, Blade Runner, John Wick, Expendables und auch oben die Nakatomi Plaza. Auch das natürlich eine richtig geile Edition. Und unten gab es dann auch noch ein paar weitere Raritäten und Boxen, wie zum Beispiel zu Scarface mit Al Pacino. Dann haben wir hier noch einen weiteren richtig tollen Blickfang, nämlich diese Terrifier. Ja, wie soll man sagen? Büste, Schrägstrich, Puppe. Die sah richtig geil aus. Daneben und darunter haben wir noch ein paar tolle Figuren und Masken. Hier am Stand im Hintergrund wieder ein paar ganz nette Figuren. Dann ein paar Blu-Rays und natürlich auch noch Merchandise. Da gab es ein paar echt coole und witzige T-Shirts, also coole und witzige Motive auf den T-Shirts. Dann haben wir hier noch ein paar weitere tolle Film-Editionen, Figuren und auch noch eine Faces of Death Büste. Selbstverständlich gibt es auch einiges zum Thema Anime. Und da haben wir hier ein paar richtig tolle Figuren. Das gibt es natürlich auch. Ja, und ich wollte heute mal ein bisschen was anderes zeigen, nachdem wir uns ja gestern fast ausschließlich nur um Film-Editionen gekümmert haben. Aber ihr habt es gesehen, auch in Leonberg gab es einige richtig tolle Figuren. Und jetzt können wir hier zum Beispiel noch eine Edition vergleichen. Hier haben wir die 10-Movie-Collection von Saw, 44,99, günstiger als gestern in Leonberg. Und auch Last Boy Scout Cover Variante B hier um einiges günstiger. Das schwankte so zwischen 50 und 60 Euro. Dann haben wir noch was zu den Steelbooks, nämlich Bloodsport im geprägten Steelbook von Cape Light Pictures. Da wäre es ja natürlich geil, wenn jetzt Last Committee, das ja auch von Cape Light Pictures unter anderem im Mediabook, aber auch im Steelbook mit einem richtig geilen Cover veröffentlicht wird. Wenn das auch so eine geile Prägung hätte, wie Bloodsport eben mit Van Damme. Dann haben wir hier noch ein paar wattierte Mediabooks. Das war auch sehr kurios. Ja, das eine 20 Euro, das andere 15 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht daran lag, dass es bei dem einen Mediabook einen Folienriss oder ähnliches gab. Von den Cover Motiven sind die WMM-Mediabooks ja eigentlich recht cool. Von den Filmen selbst kann man natürlich halten, was man will. Darf aber jeder für sich selber entscheiden. Und ist doch schön, dass es hier auch für Freunde solcher Filme eine Auswahl gibt an Mediabooks und auch an ein paar coolen Covern. Jetzt haben wir hier noch eine richtig schöne Übersicht über diverse Mediabooks. Ihr seht hier Cliffhanger auf der einen Seite, dann haben wir hier nur 48 Stunden. Unten wieder City Cobra, Maniac Corp und auch der Collector darf selbstverständlich nicht fehlen für uns Sammler. Ja, die Collection war hier komplett am Start. Unwartiert und auch wartiert. Also da geht einem Filmsammler natürlich das Herz auf, wenn man das sieht. Gleichzeitig bekommt man aber schon fast einen Herz Kasper, wenn man eben den ein oder anderen Preis sieht. Aber gut, hier waren auch einige Raritäten dabei. Die haben auch einen Seltenheitswert und dementsprechend werden sie auch groß gehandelt. Und dementsprechend muss man dann auch tiefer in die Tasche greifen. Tiefer in die Tasche gegriffen hat auch einer meiner treuesten Abonnenten und längsten Zuschauer, nämlich der gute Zapata. Der hat hier ein Update getätigt in Rekordzeit. Wahnsinn, der machte keine Gefangenen, der wusste was er wollte. Ging rein, ging auch wieder raus. Ja, Geldbeutel leer, aber Kofferraum voll. Und hat hier auch für mich persönlich das Update des Tages getätigt und konnte sich mit dem Predator-Kopf auch einen ewigen Wunschtraum erfüllen. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zugucken, meine lieben Filmfreunde. Auf bald und Servus.